schick's mal. Und noch mal ne Ratte. Sehr schön. Elements. Oh, das macht knapp. Oh, noch ne Ratte. Noch ne Ratte. Noch ne Ratte. Noch ne Ratte. So, dann wieder rüber. Und dann gucken wir mal, wo es weitergeht. So. Und neben Sette. Oh, jetzt haben wir sowas in zweit. Und wo noch Edelsteine? Genau die Hälfte. So. Stirb. Stirb, stirb, stirb. Edelsteine, Elements. Oh, cool. Kennen Reaktion. Brennen. So, verbrennen. Endgültig. Und Speicherpunkt kommt immer gut. Thomas, hatten wir auch schon mal. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass mich jemand retten würde. Vor allem nicht so ein kleiner Drache. Äh. Ich meine, ich habe immer an dich geglaubt. Spyro. Das glaube ich gern. Hehe. Ja. Den hatten wir schon mal befreit, wenn ich mich erinnere. Wat für ein Sack. Oh na. Gut. So. Machen wir erstmal den ganzen Typen hier weg. So. Komm her. Stirb. So. Da hätten wir uns auch schon das Ende. Heißt, viel kann in die mehr kommen. So. Kennen Reaktion. Bum 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 bum. Komm her. Und ja. Dann. Nehmen wir hier wieder ein Fass. Neues Fass, wenn ich mit Lars geht. Schmeiß das auch noch mit hin. Und noch eins, weil es so schön war. Ratte. 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 Sparks soll mit Sammeln helfen mir. Dann dün 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 dün. Bling. 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 Ich meine, dies Bling. Es ist wenn Sparks einen aufsammelt. So. Ach. Komm her. Stirb. Und noch einer. Zack. Und zack. Okay. Jetzt in der Entzweif. Was? Na komm. Neues Fass. So. Zielen. Und Feuer frei. Boah, ich dachte schon, wir schaffen das nicht. Aber mit zusammengekneiften Arschbacken klappt alles. Das war jetzt nur sprichwörtlich. Nicht, dass ich auf dumme Ideen komme. Oh, Moment mal. Jetzt haben wir irgendwie was übersprungen. Gehen wir nochmal da jetzt zurück. Da unten ist noch ein Feuerwerk. Und ja, oh, jetzt noch Gegner. Zack und zack und zack und zack. Komm, du hast einen Scheiß. Dann stirbt. Und T-T-Fass. Dann Bugs. Was war das denn? Ach, da war eine Kiste. 400 soll es geben. Na dann dürften das ja bald alle sein, oder nicht? Joa, dürften dann nicht gleich alle sein. Bam, 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 bam. Und waren das alle? Bitte, 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 bitte. Nee, ne? Och, nee. Einer fehlt. Okay. Ach, da oben ist er. Das ist gut. Ja, da oben ist es gut. Dann haben wir das Level nämlich geschafft. Und können zurück. Äh, ja. Nein. Okay, Level verlassen. Dann haben wir die Gnork Cove schon geschafft. Und dann kommt es noch drei Level. Und dann haben wir das Spiel schon geschafft, Leute. Und dann seid ihr mich los. Äh, ja, nein. So böse bin ich. Ist er nicht, ne? So, das nächste Level öffnet sich daraufhin. Twilight Harbor. Oh, und schön viele Edelsteine wieder. Nochmal 50 oder so. Joa, Twilight Harbor. Die letzte richtige Welt, glaube ich. Und dann kommt schon der Nasty Dog. So. Witch. Dumbo, 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 dumbo. Oh. Der hat einen Hildhaar. Was ist denn für ein Level hier? Sind die Kinder, die es spielen sollen, den schon erwachsen? Oh, und die haben das mit vollautomatisierten M60 hier rumlaufen, oder was? Obwohl, ich glaube, M60 war es noch nicht mal. Keine Ahnung. Ich glaube, so viel geht ja, weil City-Loy gespielt. So. Boah. Ich werde mal den Granaten-Heidi hier töten. Und schon wieder kein Sparks da. Wie viele Edelsteine gibt es ja nicht. Ach, auch wieder 400. Das ist alles klar. Selber Level-Umfang. Ach, da sind noch Edelsteine. Gut versteckt wieder. Wollen wir die auch noch? So. Neun Stück. Wenn nur noch neun. Es können immer die Edelsteine sein. Ja, Ende fehl. So. MG-Typ. Natürlich. Was? Okay, der Feuer hat eine ganze Salve gleich. Nicht ein so ein Schuss. Okay, der feiert auch eine Salve, aber... Der andere macht Dauerfeuer. Das ist nicht schön. So, Granaten. Arsch. Granadier. Grenadier. Genug. So, stirb. Okay, komm her, komm her. Okay. Warum schreien ich immer alle? Duh, wie Homer sind's? Kann der's auch mal einladen? Das kommt mir so geklaut vor. Was kommt sogar zeitlich hin? Die Simpsons waren zu den Zeiten hier, als das Spiel schien eigentlich ziemlich noch erfolgreich. Da gab's ja noch nicht die neuen Staffeln und so. Dann ist noch auf Rohrenfernseher geguckt. Danke, dass du mich befreit hast. Heute die alle Serie in HD, ne? Ich mein, gut, sieht ja auch eigentlich nicht schlecht aus. Aber Simpsons, die haben so einen moralischen Hohenwert, find ich. No, aus dem ist ein Ami-Sinn. Kann nicht schlecht sein. So. Oh. Nicht in die Suppe. Alter. Der wirft genau. Scheiße. Zu mir in die Suppe. Okay, jetzt kommt, krieg dich. Jetzt hat er mich doch noch getötet. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Okay. Na, komm. Ah, okay, der muss auch nachladen. Das ist gut. In seinem Barrett mit seinem roten Nürzeln sind Franzose. Die ich ja eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Na, obwohl, ich kenne ein paar Franzosen mit dem Ausdruckstuhl. Die waren ganz nett und cool. Ach so, französische Kultur. Äh. Ich nicht der Freund von. Waren die auch nicht so. Wie unsere Jugend. Äh. Äh. Oh. Sorry. Den soll ich nicht zurückhalten. Oh. Na, ich meine, das ist nämlich schon irgendwo für Kultur, aber. Ah, ich von den Franzosen allein die Sprache. Äh, 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 äh. Das liegt jetzt mal in drei Promille hart. Oh, ich bin kein Rassist. Das will ich damit nicht sagen. So. So. Superspring gibt es hier wieder. Ja. So, dann machen wir erstmal die Truhe kaputt, die ich gesehen habe. Dö, 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 dö. So, und zack. Und Helmet. So. Warte. Ach ne, brauchen wir gar nicht. Haben noch genug Energie. Gut, jetzt machen wir gleich mal diese Kurbel hoch. Zack. Oh, dann machen wir nochmal einen Supersprint. Und gucken, was da oben ist. Ist hier rechts noch was? Äh, einzig nur Lava oder Öl. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Oh. Warum ist der Dingens abgebrochen? Der Sprint. Naja. Machen wir nochmal. Warten. Warten. So. So, volle Luzi. Dritte, litte, litte, litte. Und Sprung. Ach, komm, machen wir am Gang. So, mal gucken. Wie viele ist deine Liebens denn hier? Und zack. Wutsch. Und noch fünf. Ach, da oben sind auch noch welche. 30 sogar. Nicht wenig. Nein, da oben war noch ein Leben. Nochmal hoch, nochmal hoch. Ich will nochmal hoch. Runter. Und wieder hoch. So. Rattel, steh mich immer im Weg rum und glotze mich auch noch nicht immer an, wie so ein geschocktes, äh, Tier. Ja, bis der Hund geht. So. Moment, stopp. Leben. 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 Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, meine Freunde, dass es wäre wieder um uns geschehen. Aber wir hätten noch einmal Glück. Okay, aber das Leben möchte ich schon gerne, wenn es geht. Denn, ja, es ist ein Leben. So, umdrehen. Volle Power. Und wir haben vergessen, die Leiter hochzumachen. Mal eine Treppe oder Rampe, vielmehr. So. Die Zugbrücke. Genau zwei. Nein. 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 Boah, ist gar nicht erst nachladen. So, dann gucken wir mal. Hier in die Ecke. Alles klar. Kann ich hier unten auch hin. Aber hier ist nichts, oder? Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ach, puh. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich muss mein Leben hier auffangen. Dem war doch nicht so. So, dann gehen wir jetzt erstmal weiter zum Drachen. Der Glied ist schon wieder. Sei auf der Hut von Nox Truppen, Spyro. Sie sollten mal lieber vor mir auf der Hut sein. Bats. Okay. Ach, komm her. Dann, 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 dann. So. Alles klar. Die ballern mich gerade ab. Komm her. Alter. Komm her. Kleiner Sack. Du mit deinem kleinen Mgchen. Komm her. Alter. Scheiße. Nein, ich bin gleich tot. Nein, nein. Ich brauche eine Ratte. Fuck. Oh, zwei Stück. Nicht sterben. Das wäre jetzt ganz schlecht. Oh, Edelstamm. Das war knapp. Oh, so viele Mg-Typen. Ich glaube, ich werde noch einige. Sag mal. Ich habe keine Ratte. Nein. 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 No. Wo habe ich denn? Wo habe ich denn schon wieder das Leben her? Naja, egal. Ich bin sehr froh drum. Alter, ne? Du nervst. Die werfen wirklich. Die treffen gleich immer. Die schießen einfach so schnell. Jetzt trifft mich der auch. Ich glaube, es geht los. So, wir holen uns glaube ich gleich erstmal eine Ratte. Nein. 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 N-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Och, Menno. Ja, nochmal. war zwei leidhaber anfang glaube ich so viele leben verschwendet bei wie ist der level davor verdammter käse noch mal von vorn noch macht abgang granate vorher durch hier ich renne jetzt einfach durch mal gucken so halt die habe ich doch getroffen so so zack gehen das hier einfach mal aus zack stirb alter ich hasse die ich hasse sie sie treffen einfach immer ja grenadier holt seine granaten aus auch alles klar das ding ist ziemlich egal die sind wichtig hier nein friss und friss noch mal so ich habe mich erwischt ich auch oh 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 grenadier und jetzt trifft er mich sogar zweimal ich kriege die gräse hallo stirb mal bitte ja nein wie hat der mich denn noch gekriegt der hat mich gar nicht gekriegt ich renne hier einfach mal durch die gegner hatte ich also schon also wollte ich ihn noch mal töten die schießen aber auch so einen weg so das ist der nächste der mich mal nicht getroffen hat schön halt da ne sterbend so ist noch irgendwas wertvolles drin ich bin meine 400 edelsteine das reicht glaube ich nicht oder könnte sehr knapp werden reicht es reicht es nicht das könnte reichen nein ein Fünfer fehlt ok irgendein Gegner übersehen das kann natürlich sein aber es kann auch einfach nur so ein blöder Edelstein sein der noch irgendwo rumliegt na gut gucken wir nochmal ich meine irgendein Gegner äh hatten wir noch nicht getötet der nochmal tot geben möchte bitte Alter was ist denn das für eine Scheiße was ist das für ein Wichsgülle Mann der hat mich gar nicht getroffen Alter ey ok aber ich bin ziemlich zuversichtlich dass da oben kein Edelstein mehr ist ach 5 Stück ey ich hoffe die sind da oben irgendwo ich denke 5 Edelsteine wieder hier rumjuckeln naja was sehe ich denn da ne hier glänzt nichts ok ich hoffe der ist da oben so ich bin gleich mal hier lang gucken ob hier irgendwas ist ne geht nicht so aus dann gehe ich da oben jetzt rein was vielleicht hier ne hier ist aber auch kein Edelstein mehr Scheiße wo ist dieser Edelstein maaaann das ist ein Fünfer ey dem 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 ich sehe aber auch nichts glänzt muss ich irgendwo vergessen haben wo ich den nicht gut sehe vielleicht da um die Ecke ne ach eieieiei nur so ein kleiner 5 Edelstein nur so ein kleiner 5 Edelstein aber ich komme als ich der